Zwei lebenshungrige Schwestern, die unzertrennlich sind und einander trotzdem verlieren. Ein aufgeweckter Junge, der sich danach sehnt, endlich erwachsen zu werden. Ein fataler Betrug, der vergessen, aber nicht verwunden ist. Isabel Aschdauns preisgekrönter Generationenroman erzählt von der Lust auf das Leben, von unerfüllten Hoffnungen und von der Macht unterdrückter Gefühle. Am Ende eines Sommers von Isabel Aschdaun. Erschienen im Eichborn Verlag.